Es war gegen 10 Uhr, als unser Notruf erreicht hat. Meine Kollegen sind dann hierher gefahren. Es ging darum, dass eine Person offenbar eine Stichverletzung erlitten hat und im Bereich eines Anwesens schwer verletzt liegt. Meine Kollegen waren dann hier. Das Ganze hat sich bestätigt und der Rettungsdienst war auch sehr schnell vor Ort. Allerdings ist ein 76-Jähriger dann vor Ort noch verstorben. Die Motive und die Hintergründe, weitere Umstände sind uns derzeit noch vollkommen unklar. Was feststand, ist, dass ein dringend Tatverdächtiger von dem Tatort geflüchtet war. Wir eine Großfahndung eingeleitet haben mit Hubschrauber und mit Diensthunden und dann etwa zwei Stunden später auch einen 45-jährigen Tatverdächtigen haben festnehmen können. Er stammt wohl aus der Nachbarschaft des 76-Jährigen. Genaueres können wir derzeit nicht sagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. isson. failed.